Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde an den Endgeräten. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde der HSK-Show. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich heute auch wieder dabei zu sein und mit so tollen Gästen. Egal, wo ihr seid, ich grüße euch recht herzlich aus der Kulturhalle Stockheim, wie immer live vom Gleis 1 am Stockheimer Hauptbahnhof. Und wir haben wieder viele coole Gäste heute eingeladen. Wir haben coole Gäste. Neben mir ist der Wolfgang Lazar von Pomolo und du hast natürlich auch wieder was sehr Schönes mitgebracht. Erstmal finde ich, man kann leider gar nicht alles sehen, aber hier ist so schön alles aufgebaut. Da heißt, dass Kulturförderung auch staatliche Aufgabe ist und das auch in schlechten Zeiten. Das ist vollkommen klar. Wie macht man das konkret? Wie gesagt, die Großen sind nicht größer in Gefahr. Ich nehme mich als Licht in meine Naht so wahr. Bestimmt hast du dir was dabei gedacht. Hast mir neulich einfach zugelangt. Lass mich träumen wunderbar. Solange ich träume... Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das war eine Steilvorlage. Das letzte Mal, da konnte ich nicht anders und habe gleich mal mich gemeldet. Ja, das finde ich sehr gut. Und das Bild ist schön kalt, aber hier drin geht es schon besser. Mittlerweile ist es ganz schön und vor allem, wir haben ja auch, ich habe es ja schon gespoilert, ich habe ja schon ein bisschen was vorher bekommen. Ja, herzlich willkommen. 22. Ausgabe der HSK News in der 56. Ausgabe der HSK Show, wie immer in Zusammenarbeit mit dem Kreisanzeiger für Wetterau und Vogelsberg. Ich mache da auch nochmal ganz persönlichen Appell an alle Sponsoren und Sponsorinnen. Also mir ist sie kalt, also wir brauchen Sponsoren, damit wir hier ein bisschen besser heißen können. Das war's. Besten Dank. Einen schönen Abend noch. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.